Müller, was für ein Pass! Tor! 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 Müller, super durchgespielt. Komm an, wieder auf Müller. Pass Müller, guter Chip-Ball. Lewandowski! Und jetzt hat er sein Tor! Tor! Fahne bleibt unten. Robert Lewandowski gegen Gulacci. Tor für die Bayern! Was für ein Start! Und natürlich hat es er gemacht! Robert Lewandowski! Was für ein Pass! Was für ein Abschluss! Was für ein Start! Jetzt Topas Müller, schön reingesteckt. Lewandowski, Tor! Lewandowski, Tor! 1 zu 1, 73. Minute. Fahne, Tor! Wohl! 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 Kutinho mit dem Ball in die Mitte! Da geht es so hoch, Lewy plötzlich frei, Lewy mit dem Tor für die Bayern. 2.61. Minute, wir können es gar nicht fassen. Eigentlich war noch gar nichts passiert, bis in die Stochere plötzlich ist der Fuß da von Robert Lewandowski. Und wir drücken ihn über die Linie. Jetzt ist durchsteckend auf den Titel, nochmal wieder Lewandowski, Lewandowski, Tor, 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 3 zu 0. Vielen Dank.